hey leute und herzlich willkommen auf claudius welt heute habe ich fast den halben morgen an meinem intro gesessen ich hätte jetzt gerne eine meinung von euch ich ich blende euch das jetzt ein und danach hätte ich gerne eine meinung von euch genau bis gleich ich hoffe das intro hat euch gefallen tut mir leid ist nur so kurz aber wir gehen so langsam die ideen aus und ja ich wollte euch nur das intro zeigen wir sehen uns dann morgen wieder auf claudius welt bis morgen dann und ciao